Typische Fehler im Deutschen. Man sagt nicht, ich möchte dich. Man sagt, ich mag dich. Man sagt nicht, ich möchte dich, sondern ich mag dich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Bis dann.